So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich erst einmal. Mein Name ist Nathalie Stumpf, ich bin für die Organisation dieser Veranstaltung hier mitverantwortlich und wir haben uns ja in den letzten zwei Monaten sehr intensiv mit dem Thema S3 on-premise beschäftigt und ziehen heute in dieser Veranstaltung ein abschließendes Resümee. Und dafür habe ich jetzt zwei meiner Kollegen hierfür eingeladen. Zum einen René Weber, unser Field Application Engineer. Hallo René. Guten Morgen. Guten Morgen. Du wirst dich ja das ganze eher von einem technischen Aspekt der Seite beleuchten, ja? Genau. Ich probiere es zumindest und ich hoffe auf viele Fragen, die ich dann auch beantworten kann. Wunderbar. Und zum anderen Rainer Behmeyer, einer der Geschäftsführer bei Fast, der wird uns auch von der Vertriebsseite den ein oder anderen wertvollen Kommentar hinzufügen. Hallo Rainer. Hallo, guten Morgen. Hallo miteinander. Also wie es die Nathalie schon gesagt hat, das ist für uns jetzt auch ein neues Format, wo wir einfach hoffen für euch da draußen möglichst mehr Mehrwert zu generieren. Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen über den Vogel IT Verlag mit der ISX und DSX schon mehrfach zu dem Thema referiert. Und heute ist die Idee einfach ein bisschen diesen Q&A-Teil, der sonst immer stattfindet on-premise, wenn die Leute vorbeikommen, hier in einem Videoformat nachzuholen. Deshalb sind wir beide heute hier. Und ich würde ganz heftig motivieren wollen, bitte nutzt die Nathalie, hebt es auf die Hand und fragt davon, weil das Ganze natürlich davon lebt. Q&A lebt natürlich von den Q's, ansonsten gibt es keine A's. Wir haben uns natürlich so ein bisschen einen roten Faden durchgelegt, wie wir das erklären wollen. Vielleicht, genau, wenn Sie auf dem Slides schon sehen, wir wollen ganz kurz diese Begriffswelt S3, Object Store, AWS Cloud erläutern. Da kann mal abstrakt dazu eine ganze Menge dazu sagen. Dann unser Thema natürlich heute, warum macht es Sinn, einen quasi für die Cloud entwickelten Speicher oder Technologie auch on-premise zu nutzen. Und dann natürlich, wenn ich mir das überlegen könnte, dass die bei mir vor Ort sind, welche Vorteile könnte ich denn einfach haben? Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Block an, René. Wir wissen, S3, Object Store, AWS, extrem erfolgreich, eigentlich eine Cloud-Technologie. Worum dreht es sich denn dabei? Wie kann man denn diese Begrifflichkeiten ein bisschen exortieren im Vergleich zu den anderen Speichern und was es sonst so gibt? Du hast gerade schon ganz schön gesagt, Cloud, warum sollte man das on-premise machen? Das ist heute das Thema. Gleich an der Stelle vorweg, für mich ist eine Cloud nicht zwangsläufig irgendwo im Internet. Für mich als ITler ist die Cloud auch unser eigener Serverraum. Das heißt, Cloud muss nicht immer irgendwo anders sein, das kann auch der eigene Serverraum sein. Das ist schon mal vorweg, aber es gibt natürlich, wenn ich jetzt die Cloud oder das, was man normalerweise unter Cloud versteht, gibt es natürlich unterschiedliche Anbieter. Das heißt, ich habe ein Amazon draußen, ich habe ein Google draußen, ich habe ein Microsoft draußen. Ich habe unterschiedliche Cloud-Anbieter und jeder Cloud-Anbieter hat natürlich auch seine Herausforderungen, gerade was die Datenspeicherung angeht. Häufig, wenn man es sich anschaut, hat man in der Cloud eher Dinge, die Daten prozessen, wo ich eigentlich überhaupt wenig Speicher hinten raus brauche. Das heißt, viel, was in Real-Time passiert, das heißt, ich lagere meine Prozesse dort hinaus, da arbeitet was und ich kriege irgendwann ein Ergebnis. Wenn ich dann anfange, wirklich mehr in die Cloud auszulagern, dann komme ich irgendwann an die Stelle, wo ich sage, wie speichere ich denn diese Ergebnisse zwischen oder wo lege ich diese Ergebnisse ab? Und da ist Amazon den Weg gegangen, hat gesagt, wir entwickeln dann ein neues Speicher, eine neue Speichertechnologie oder eine neue Schnittstelle und hat quasi mit S3 für die AWS Cloud eine Speichertechnologie entwickelt, die auf Objektbasis, also als Object Store arbeitet. Und das ist das, was die meisten Leute, wenn man S3 jetzt anspricht, sofort damit verbinden. S3 ist aber daneben, also Amazon hat uns natürlich einen großen Dienst erwiesen. Wir haben nicht nur gesagt, wir machen jetzt etwas für uns, was wir exklusiv nutzen und alle anderen stehen doof da, sondern haben gesagt, das ist eine Technologie, Object Store, S3 Schnittstelle, sehr einfach, sehr modern. Die geben wir auch frei und das ist ein quelloffenes Protokoll. Okay, also das heißt, ich halte einfach mal so ein bisschen resümierend fest. Wir haben unseren normalen NAS-Speicher mit SMB, ZIFS und NFS, wir haben unseren Fiber Channel für das ganze Block Storage Thema und S3 ist letztendlich die Sprache, die der Block Speicher spricht. Und der Block Storage hat welche Vorteile? Object Store, was hat der denn für Vorteile? Also grundsätzlich, wenn ich mir mal die Speichertechnologien anschaue, ich habe jetzt einen NAS-Speicher, NAS-Speicher kennt man, das ist Pfeilsystem, das heißt, ich habe meinen eigenen Ordner, ich lege meinen eigenen Bilder, ich weiß, wo und welchen Ordner sind meine Bilder abgelegt. Das heißt, ich kann natürlich mir eine Struktur aufbauen da drin. Das ist der Vorteil von Pfeilsystemen, die ich auch einen NAS-Speicher habe oder auch bei einem Block Storage, weil ich lege am Ende ein Pfeilsystem drüber, sonst kann ich es schlecht adressieren. Das heißt, ich habe immer eine Verwaltungseinheit mit in dem Speicher drin. Es ist nicht flach, sondern es ist strukturiert. Das heißt, die Daten sind in unterschiedlichen Unterordnern verteilt. Ich muss mir merken, wo es abgelegt hat, logischerweise, oder ich führe irgendwo eine Datenbank drüber, da geht es dann schon ein bisschen weiter. Da sind wir schon in unserem Bereich DMS-Systeme etc., die sich quasi merken, wo liegt das Zeug. Ich habe aber damit am Ende ein Problem, weil dadurch, dass ich immer tiefer an die Ordnerstrukturen reingehe, hängt das alles zusammen, nennt sich dann Namespace. Das heißt, ich habe einen großen Bereich, wo ich die Daten ablege und der ist irgendwo limitiert. Das heißt, die Verwaltung vom NAS-Speicher ist letztendlich auf der einen Seite der Vorteil, aber natürlich auch sein Limit, wenn wir in Skalierung denken. Der hat einen Anschlag und da punktet jetzt ja der Object Store massiv. Ganz genau. Der Object Store geht einen komplett anderen Weg. Object Store sagt, keine Verwaltungseinheiten mehr in der Form, sondern ich lege quasi Objekte ab, also nicht mehr auf Dateiebene, sondern ich kann Dateien auch in Objekte aufsplitten und Objekte kriegen Meta-Informationen dazu. In einem normalen Fallsystem habe ich auch schon Meta-Informationen. Die sind aber vorgegeben. Sowas wie wäre es der Besitzer? Welche ID hat der? Einige Attribute, die ich mitgeben kann. Beim Object Store kann ich komplett selber definieren, welche Attribute ich diesem Objekt mitgebe. Das heißt am Ende, dass ich die Daten abgebe. Die werden in einer flachen Hierarchie abgelegt. Das heißt, ich bin eigentlich vom Wachstum her nicht beschränkt, weil ich kann jederzeit weitere Speicher mit dazu nehmen, weil der wichtige Punkt daran ist, dass diese Objekte, die abgelegt werden, nicht alle im gleichen Speicher liegen müssen, sondern ich habe quasi eine Verwaltungseinheit davor, die übernimmt, wo diese Daten abgelegt sind und anhand der Meta-Daten kann sie die Daten auch jederzeit wieder zurückholen, jederzeit wieder finden und ich kann es besser verwalten. Kann man gut verstehen. Also macht natürlich auch für einen Cloud-gedachten Ansatz sehr viel Sinn. Ich habe ein Protokoll, das sehr schlank ist, also das natürlich dafür gebaut ist, dass man unter Umständen dünne, wackelige Leitungen hat. Dementsprechend natürlich auch Druck auf die Menge der Daten, das heißt möglichst lean und sneak das Ganze. Wenn man sich das jetzt dann zu Ende denkt, dann habe ich natürlich den Verwaltungsaufwand nicht mehr zentral in einem Fallsystem, sondern der Client muss die Orga übernehmen, weil aber die Metadaten im Objekt mit dabei sind, kann ich das hervorragend ausnutzen. Ganz genau. Dann sind wir im Prinzip mal mit dem ganzen Thema soweit, glaube ich, dass die Begrifflichkeiten, also für uns bedeutet auf jeden Fall S3 jetzt nicht AWS, sondern S3 ist einfach HTTPS basiertes, ganz effizientes Protokoll, mit dem man mit dem Objekt so spricht. Und das ist auch jetzt für die weitere Diskussion, glaube ich, wesentlich, dass man das im Kopf behält. Genau. Was glaube ich vielleicht, das möchte ich noch mal kurz abschließend sagen, was natürlich wichtig ist, ist, S3 ist jetzt nicht nur Object Store aus unserer Sicht, also natürlich habe ich damit etwas, was auch wahnsinnig gut skaliert. Man muss zugeben, unser Lastsystem ist skalieren auch wahnsinnig gut, das heißt, ich kann über Bricks unheimlich gut erweitern. Über den Object Store hole ich mir aber zum einen Mal nochmal eine Art Medienbruch mit rein, weil Object Store ist einfach modern, Object Store wird von Ransom werden noch nicht angegriffen, kleines Thema. Das ist im Übrigen ist dann der nächste Themenblock, Ransomware, kann man vielleicht schon mal ankündigen an der Stelle. Absolut. Genau. Das heißt schon mal eine Art Medienbruch. Und ich hole mir mit dem Object Store natürlich noch einen weiteren Vorteil rein, und zwar, dass ich alle Technologien und alle Lösungen, die jetzt auf modernes Protokoll sich weiterentwickeln oder in diese Richtung gehen, Cloud-Speicher auszunutzen und die Vorteile zu nutzen, hole ich auch noch mit ins Boot. Sehr guter Punkt, da kommen wir ja nachher nochmal drauf. Es gibt eben heute schon Softwarelösungen, die ausschließlich nur noch mit S3 funktionieren. Insofern macht das natürlich Sinn. Wenn man jetzt sagt, das ist coole Technologie, das ganze S3-Object-Store-Thema ist aber für die Cloud gebaut. Warum macht es Sinn, das On-Premise zu haben? Also ich selber, das weiß ja jeder, der mich besser kennt, ich möchte gerne wissen, wo meine Daten sind, wer bitte die alles lesen kann. Ich möchte auch unterschiedliche Sicherheitsniveaus unter Umständen haben, je nachdem welche Daten wir da im Fokus haben. Ich möchte auch was löschen können und zwar wirklich löschen. Und das, was du ja immer sehr gerne sagst, vergiss mir den Zugriff nicht. Also wenn wir reden von Cloud, ist natürlich Zugriff und Download auch ein Thema. Wenn man das Ganze jetzt On-Premise hat, auf was muss man denn dann achten, wenn man denn so ein S3-Object-Store sich in den Serverraum stellt? Also vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Ich habe am Anfang gesagt, für mich ist ein Cloud oder eine Cloud nicht unbedingt Amazon. Für mich ist die Cloud auch unser Serverraum hier im Haus. Das heißt, On-Premise hat für mich schon mal einen ganz anderen Stellenwert, weil für mich heißt On-Premise nur, dass ich die Cloud hier nutze und nicht da draußen. Warum also soll ich dieses moderne Protokoll, technisch gesehen, nicht auch hier im Haus in meiner Cloud nutzen? Das ist erstmal so für den Kopf, das ist das Thema. Das zweite ist, dass ich mir natürlich immer überlegen muss, zum Thema, wo sind meine Daten, muss ich mir auch überlegen, wo werden die Daten generiert. Das heißt, wenn ich natürlich sage, ich habe gar keinen Serverraum mehr, weil ich habe meine komplette Infrastruktur irgendwo in die Cloud ausgelagert, habe ich mit Sicherheit eine ziemlich dicke Wandbreite und eine sehr hohe Verfügbarkeit der, weil sonst habe ich irgendwann keine Möglichkeit mehr zu arbeiten. Aber wenn ich alles ausgelagert habe, macht es natürlich Sinn, dass ich da, wo ich die Daten generiere, die Daten auch speichere. Jetzt kann ich natürlich da nochmal ein Stück weiter rausgehen und sagen, okay, ich generiere da draußen Daten, die sind vielleicht ein bisschen wertvoller als normal generierte Prozessdaten. Das heißt, das sind Daten, wo ich vielleicht trotzdem noch mal schauen muss, wo liegen die tatsächlich? Allein schon Gesetzesvorgaben etc.? Richtig, wir haben dann die ganzen Richtlinien. Es ist ja nicht nur so, eigen, also es kennen wir ja auch, was sensitive Daten sein, IP-Daten, die wir wirklich einen Wettbewerbsvorteil generieren, durch das, dass nur wir die haben. Und dann ist natürlich die Richtlinien, Vorgabe, DSGVO im weitesten Sinne auch ein Thema, wo ich sage, ich hätte eigentlich gern schon Datenhoheit nach wie vor, zumindest über den Teil der Daten. Richtig, ganz genau. Das nächste ist, wer hat darauf zugruft? Das ist auch nochmal das gleiche Thema, Datenhoheit. Das heißt, wer kann auch meine Daten überhaupt zugreifen? Was du vorhin auch schon gesagt hast, wie kriege ich sie gelöscht, wenn ich sie mal gelöscht brauche? Und am Ende ist das jetzt alles, er hat es gerade angefangen damit, was passiert, wenn ich meine Daten komplett in der Cloud habe. Da muss ich mir vielleicht trotzdem überlegen, welche Daten möchte ich vielleicht bei mir nochmal absichern für den Worst Case. Aber ich kenne tatsächlich sehr wenige, die wirklich alles in der Cloud haben. In den meisten Fällen habe ich Teilbereiche in die Cloud ausgelagert, wie vielleicht meine E-Mails. Logischerweise, die liegen in der Cloud bei vielen. Das heißt, ich habe kein Mail zu abonnieren, sondern ich habe die E-Mails draußen. Archivierung ist trotzdem ein Riesenthema. Ich habe vielleicht Dokumente draußen in der Cloud, dass ich zusammenarbeiten kann. Das ganze Office-Thema. Genau. Jetzt gerade zu Corona-Zeiten immer stärken. Kommen wir später nochmal dazu. Wenn man sich das jetzt überlegt, nochmal mit On-Premise-Lösung, dann ist natürlich immer der Gedanke, viele gehen ja in die Cloud, weil sie auch sagen, ich habe da den ganzen Kummer weg. Ich habe jemand anders, der die Updates aufspielen muss, jemand anders, der mir die Skalierung übernimmt, jemand anders, der mir quasi einen ganzen Packen Arbeit abnimmt und ich kann mich besser auf mein Kerngeschäft konzentrieren. Stimmt das so, wenn man eigentlich sich überlegt, ich hätte einen Speicher, der On-Prem vielleicht auch sowas leisten könnte? Also es stimmt dann, wenn ich sage, ich schiebe alles in die Cloud und ich kündige meiner kompletten IT-Abteilung. Nee, nein, 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 nein. Nee, danke, das war's. Verdammt. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich alles in die Cloud rauslagere und sage, ich habe keine IT-Abteilung mehr, mir reicht, dass das Processing ist draußen, die Archivierung ist draußen und was auch immer und ich habe damit keinen Stress, alles wunderbar. Sobald ich aber bei mir in der IT-Abteilung intern habe und internen Prozesse habe, die auch Daten ablegen. Jetzt mal, jetzt mal logisch gesehen, dass dass das Cloud, jeder, der sich schon mal Cloud durchgerechnet hat, glaube ich, weiß, dass der größte Kostenblock am Ende der Download ist. Das heißt, ich kann günstig reinschieben, wenn ich die Daten wieder brauche, tut es weh. Bei einem Backup geht man natürlich naiv immer davon aus, dass man es nie braucht. Wenn man es dann braucht, tut es weh. Bei einem Archiv, das wissen wir am besten, habe ich permanent Zugriffe. Das heißt, wenn ich meine Archivdaten in die Cloud lege, dann werde ich die Archivdaten auch permanent lesen. Das heißt, ich muss das irgendwie kalkulieren. Das ist ein Kostenblock. Absolut. Ich habe auch schon solche Rechnungen gesehen, dass man sagt, mein Backup hat 99, viele Neuner hinten, Ausfallsicherheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es brauche, ist sehr gering. Und selbst wenn ich dann 300.000, 400.000 Euro bezahlen muss für den Download, ist die Wahrscheinlichkeit über 20 Jahre gerechnet. Aber genau das, was du gesagt hast, das hängt natürlich ein bisschen von der Frequenz vom Zugriff ab. Genau, da sind wir mitten an dem Punkt. Und ich sage mal, vorrangig ist es ja unter Umständen auch nicht sinnvoll, wenn man noch einen Computer bei sich hat, normal Daten, die hier produziert und verarbeitet werden, erst über Strecke rauszugeben, um sie dann für teuer Geld wieder herzuholen. Richtig. Und da ist halt das Wichtige oder das Ausschlaggebende, dass ich eine Speichertechnologie bei mir nutze dafür, die zum einen auch diese modernen Protokolle unterstützt, aber zum anderen bitte auch im Hintergrund mitläuft und mir keinen Stress macht. Ja, genau. Also das ist ja eigentlich die Admin. Und du hättest ja eine Idee. Du hättest ja eine Idee. Jeder, der uns kennt, also einer der Vorteile der Silent-Brick-Systeme ist, also wir claimen das natürlich für uns, dass wir genau diese Anforderungen, wie also geringe Administrationskosten, Aufwand, dass wir Lokalkontrolle haben, also das alles bedienen können. Wo siehst du denn die größten Stärken von einem Silent-Brick-System, neben dem, dass wir eigentlich als eine ganze Facette von Anforderungen gestellt haben, in einer Appliance behaupten, abbilden zu können? Gebt das so? Ja, also freilich geht das. Also ich glaube, der wichtigste Punkt, dass man das Gesamte begreift, ist, dass ich ja quasi am Ende mehrere Datenwege habe, die irgendwo enden müssen. Das heißt, ich brauche irgendwo ein Endpoint, auf den ich mich verlassen kann. Das heißt, ich brauche irgendwo eine Lösung, die nicht nur die Daten erstmal entgegennimmt, sondern die auch skaliert, die immer größer werden kann. Die aber auch mit der Zeit mitwächst, also nicht nur mitwächst im Sinne von Speicherplatz wird mehr, sondern auch die Technologie kommt auf den aktuellen Punkt. Das sind wir jetzt gerade beim Thema S3 wieder, gleich wieder mit reinnehmen. Das heißt, ich muss auch mit der Technologie mitwachsen. Ja, da kann man ruhig auch mal sagen, bei uns ist es jetzt so, das S3 ist kostenfrei in dem letzten Update mit dabei. Das heißt, so wie du sagst, die Technologie wächst mit. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir halt neben den anderen Protokollen auch S3 anbieten. Und ich habe mit meiner Appliance eigentlich wie draußen jemand, der dann automatisch die neue Technologie mitnutzen kann. Und wie wir hernach jetzt kleiner hören werden, gibt es eben schon eine ganze Menge Pakete draußen, die bedingen S3. Ohne S3 bist du sonst am kurzen Ende vom Stock. Richtig, oder bringt zumindest Vorteil. Ich glaube, die Nathalie kommt gerade mit einer Frage, wenn ich das richtig interpretiere. So ist das, genau. Ich muss euch ganz kurz quasi, also nicht unterbrechen, aber ich würde gerne mit einer Frage einsteigen. Und zwar ist das Science-Bridge-System dann in S3-Modus auch ein Scale-Out-Object-Store. Ja, meine Lieblingsfrage tatsächlich. Also, ich hole noch mal kurz ein bisschen aus und erkläre noch mal kurz, was Scale-Out und Scale-Up bedeutet. Vielleicht ist es am Anfang am einfachsten. Also, Scale heißt ja, ich kann mitwachsen in irgendeiner Form. Passt auch wunderbar gerade zum Thema, weil wir gerade Thema Mitwachsen hatten. Technologisch Mitwachsen, tun wir. Scale-Up bedeutet, dass ich quasi mit meinem Speicher immer weiter wachsen kann. Das heißt, mein Speicher kann größer werden, größer werden, größer werden. Ich wachse mit dem Unternehmen und den Anforderungen an Kapazität innerhalb des Unternehmens. Scale-Up, Haken dahinter. Scale-Out ist eher die Richtung, dass ich sage, ich kann nicht nur speicherseitig wachsen, sondern ich kann auch CPU-Load-Performance-seitig wachsen. Dass ich jetzt nicht nur sage, klar, wenn ich mehrere Bricks zusammenstecke, habe ich die Gesamtperformance von den Bricks, sondern dass ich sage, jeder Brick kriegt noch seine eigene CPU rein und eine eigene Grafikkarte für das Erasure-Coding oder was auch immer. Das heißt, dass ich wirklich pro Einheit, die ich erweitere, mehr Performance mitziehe. Und es ist nicht auch so, dass man dann natürlich eher so ein Modell hat, ein typisches Cloud-Modell wie Dropbox, wo einfach nicht nur die Daten beliebig wachsen sollen, sondern auch die Anzahl der User möglichst groß sein soll. Und damit ist natürlich dieser Dienst am Ende, wenn eine der beiden Größen nicht mitskaliert. Aber unser Thema heute ist ja Sekundärspeicher und da haben wir in der Regel sehr zentralisierte Dienste doch, ob es jetzt ein Backup ist oder ein Archiv. Und dort muss man sich dann, glaube ich, schon auch die Frage stellen, brauchen wir unbedingt ein Scale-Out, weil Scale-Out, so wie es der René ja gerade erklärt hat, bedeutet natürlich auch immer Performance. Und Performance ist zwischen Daumen und Zeigefinger. Und zwar nicht zu knapp. Und wenn ich das dann in einem Backup- oder Archivumfeld gar nicht abgreifen kann oder muss, muss man sich schon die Frage stellen, macht es dann an der Stelle Sinn? Ja, vor allem es ist nicht nur Sekundärspeicher, es geht um Sekundärspeicher On-Premise. On-Premise werde ich nicht das ganze Internet, also hoffentlich nicht, bitte nicht, das komplette Internet auf meinen Speicher lassen, weil dann habe ich auch nichts gewonnen. Das heißt, ich habe sehr, sehr klare Prozesse wie intern bei mir darauf zuwirken. Das ist mein Archivprozess, das ist mein Backup-Prozess, die da Daten abliegen. Da werde ich keine 10 Millionen User darauf haben. Also um die Frage ganz klar zu beantworten, also ein Scale-Out ist es nicht, aber wir sind der Meinung für den dedizierten Zweck, den wir uns überlegt haben für die Silent Bricks, ist es nicht nur nicht notwendig, sondern auch nicht zuträglich, weil über Gebühr teuer und macht quasi den Gegenpol zur Cloud On-Prem ein bisschen obsolet. Weil dort ist das natürlich beliebig möglich, das wissen wir alle. Genau, muss es auch. Genau, genau. Jetzt vielleicht noch mal zurück, wenn wir sagen... Ich glaube, die Nathalie hat noch eine Frage. Ich glaube, die Nathalie hat noch eine Frage. Ja, herrlich. Entschuldigung. Es gab nämlich auch gleich schon die erste Anmerkung, die auch sehr interessant ist. Nämlich ein Problem, das man jetzt hier auch sieht, ist, dass alle Services nur über eine IP einnetzt zur Verfügung gestellt werden. Ob es denn Pläne gibt für eine VLAN-Tagging-Service-Binding auf verschiedenen Interfaces? Eine Klassikerfrage, die tatsächlich bei uns auch entwicklungsseitig eingekippt ist. Ich glaube, man kann sich vorstellen, dass bei einem Produkt sowohl Archivierung als auch Backup transportable Medien, Nass-Speicher, S3-Speicher mitwächst. Dass es da auch sehr, sehr viele andere Punkte gibt, die konkurrieren. WLANs, mehrere IP-Adressen für das Netz ist definitiv was, was bei uns in der Entwicklung drinnen hängt. Wann das Ganze kommt, kann ich allerdings nichts sagen und auch nicht versprechen. Nein, aber es hat ganz klar, also wer immer die Frage gestellt hat, hat natürlich ordentlich mitgedacht. Macht natürlich einen Sinn, physikalisch am Target zu trennen, ist bei uns auch in der Roadmap relativ weit oben. Es ist nur so, wie es der René gesagt hat, wir haben extrem viel, also die nächsten 24 Monate eigentlich schon voll und müssen einfach schauen, dass wir es unterbringen. Aber nein, derzeit können wir das noch nicht. Das muss man dann quasi nur lokal bei sich im Netzwerk lösen. Vielleicht jetzt noch mal zurück auf das Thema, wenn wir sagen, wir machen, hast du noch eine? Ja, ja, und zwar einfach nur, ist das dann S3 für alle Silent Bricks verfügbar. Wie sieht das dann mit DS aus oder wie sieht das dann auch mit Silent Cubes aus? Also Silent Cubes und Silent Bricks müssen wir, glaube ich, komplett trennen. Der Silent Cube ist ein anderes Tier, der ist unser Revisions-Sicherheitsarchiv, aber bei den Bricks haben wir gute Nachrichten. Bei den Bricks ist es grundsätzlich so, dass ich natürlich mit jedem nicht-worn-Brick, das ist ein wichtiges Thema, also wir machen auch bei den Bricks, wie der René gerade schon zu den Cubes gesagt hat, eine Unterscheidung zwischen dem Worm-Bereich, das heißt, der revisionssichere Langzeitarchivierung, wo es wirklich um den Hardware-Worm geht, da sind wir nicht mit S3 unterwegs und den Bricks, die ich eben als NAS-Speicher, als Sikörner-Speicher, als VTL nutzen kann, das heißt, da ist der Standard-Brick drinnen, da ist der Flash-Brick drinnen, da ist ein Brick DS drinnen und diese kann ich natürlich alle mit S3 auch betreiben, ganz wichtiges Thema. Also ich habe da keine Limitierung, was die Bricks angeht, außer es geht um den Worm-Bereich, da ist bei uns nach wie vor, Hardware-Worm ist das sicherste, was ich kriegen kann und wenn ich in die Richtung revisionssichere Archivierung gehe, dann ist es der Hardware-Worm bei uns, da führt auch keinen Weg dran vorbei. Naja, da steckt auch sehr viel Technologie von uns drin, aus den letzten 15 Jahren, wie wir diese enorme Sicherheit generieren und die möchte man natürlich an der Stelle nicht wegen einem Protokoll aufgeben, das ist ganz klar. Genau. Ja, jetzt haben wir quasi noch gar nicht, und ich weiß jetzt die Uhrzeit, nicht so ganz, wie lange wir noch Zeit haben, dass wir uns nicht verlieren. 10.38. Okay, der Punkt ist, wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Speicher, der eine Cloud-ähnliche Performance, also nehmen wir jetzt eine Skalierung, der macht Administrationsarmut bis hin zu Energieabschalten, also wir können dort eine sehr energieeffizient sein, abbilden kann, wie lässt sich denn diese Kombi S3 Object Store on-premise in einem praktischen Beispiel am besten nutzen? Da haben wir ja gleich mal wunderbar ein paar Beispiele mitgebracht, wie es der Zufall so will, sind das auch gleich die nächsten Folien. Ich möchte aber ganz kurz, bevor wir rüberspringen in die Anwendungsfälle, nochmal einen Blick auf Silent Bricks und S3 schmeißen, weil es geht nicht nur darum, dass wir S3 jetzt als neue Schnittstelle im Bricks-System haben, weil das bezieht sich dann auch gleich auf die Anwendungsfälle. Das geht, erst mal steht die Frage im Raum, auf was setzt sich da eigentlich S3 gerade auf? Und da sind wir mit unseren Speichern extrem sicher. Das heißt, ich habe in den Speichern ja schon mal eine Technologie drinnen, wo ich, wie du schon gesagt hast, offline schalten kann, die ich rausziehen kann und Air-Gappen. Da stellt sich jetzt meistens dann die Frage, ja, Air-Gappen ist ja alt, weil das macht ja Tape und S3 ist ja modern und wie passt das überhaupt zusammen? Das passt wahnsinnig gut zusammen, weil wirklich jedes Objekt seine eigenen Metadaten mitbringt. Wenn ich mir das mal überlege, das heißt, ich habe auf dem Speicher eigentlich einen komplett in sich konsistenten Stand mit allen Metadaten, mit allen Objekten. Klar kann ich den rausziehen und transportieren und irgendwo anders auch diese Meta-Informationen wieder einlesen. Das heißt, Air-Gapp und S3 passt eigentlich wunderbar zusammen. Nein, ich mache einen Fall. Dann kommt mit dazu, dass wir für gerade das Thema Ransomware, kann ich nochmal hinweisen auf die nächsten Themenmonate, wo das Thema Ransomware kommt, bei uns im Speicher auch Technologien drin haben, wie jetzt zum Beispiel den Continuous Snapshot. Continuous Snapshot bedeutet bei uns, dass ich den kompletten Speicher in sich selber für eine gewisse Zeit absichere. Das heißt, jede Veränderung, die passiert, kann ich wieder zurückholen. Das nehmen wir somit für die S3-Bereiche. Das heißt, auch der S3-Bereich kann damit abgesichert werden. Das heißt, in S3-Sprache umformuliert sind wir eigentlich nicht bei Immutable Files, sondern bei Immutable Buckets. Ich kann mir den kompletten Bucket absichern gegen eine Veränderung, dass ich jederzeit wieder zurückrollen kann, wenn ich irgendein Problem habe. Herrlich. Eigentlich herrlich. Genau das, was man eigentlich sucht. Genau. Und ich denke, das war es jetzt ein bisschen, also wir haben jetzt gesagt, diese Technologie ist eigentlich sehr sexy mit den ganzen Vorteilen, die man eben für die Cloud entwickelt hat. Wenn man aber den Speicher hat, on-premise, kann man diese ganze Technologie extrem vorteilhaft auch auf diese Art und Weise für sich nutzen und hat aber noch Vorteile natürlich, die wir jetzt ja versucht haben, einmal kurz anzureißen mit dem AirGap, mit der kurzen Weg, also keinen zusätzlichen Aufwand, wenn wir restoren müssen und so weiter und so weiter. Dann würde ich jetzt aber trotzdem in Anbetracht der Zeit noch mal kurz schauen, wie es ausschaut mit den Anwendungsfällen, weil, wie eingangs schon gesagt, es ist ja so, wenn wir jetzt hier unsere beliebig große Datenmenge haben, gibt es ja eine sehr leichte Rechnung, dass selbst bei überschaubaren Datenmengen, 10, 20, 30 Terabyte, bereits sehr kräftige Leitungen schnell zu dünn werden. Das heißt, warum würde ich das denn raushaben wollen und dann haben wir hier ein Lieblingstool von Veeam mit dem Sopper und dem Scale-Out Capacity Tier. Erklär doch mal kurz, wie Veeam diese Technologie sehr effizient nutzt. Also, genau. Veeam hat ja, wer Veeam kennt, ich hoffe, es kennen viele Veeam oder ich vermute es, weil tatsächlich sehr viel bei uns mit Veeam über den Tisch geht. Veeam hat eine Funktion, nennt sich Scale-Out Backup Repositories. Das heißt, Veeam kümmert sich darum, dass ich mehrere Speicher ansteuern kann und Veeam die Verteilung davon übernimmt. Ich kann dann definieren, möchte ich lieber dafür sorgen, dass die Daten so gespeichert werden, dass ich eine Performance generiere oder dass jede Backup Chain im eigenen Speicherbereich liegt, so dass ich dann eine Aufteilung der Daten habe. Aber am Ende habe ich dann daraus nochmal die Möglichkeit, dass ich sage und hinten raus schiebe ich die Daten, verdränge die Daten in eine Backup Archivierung. Archivierung im Sinne von, ich möchte mir gewisse Stände für längere Zeit aufheben. Da klingeln bei den meisten schon die Tapeglocken, weil längere Zeit aufheben ist ja, ich schreibe es mir auf dem Tape, ziehe es raus und lege es in den Tresor. Wenn ich das mit dem Tape mache, Kunde, gestern, vorgestern, weiß gar nicht mehr, 90 Terabyte Daten, Pullbackup, schreibe ich die mal auf Tape und ziehe das raus, am besten jede Woche. Dann bin ich die ganze Woche mit Tape schreiben beschäftigt, ist übrigens mit Bricks, also ich kann es mit Bricks auch machen, aber das ist genau das gleiche Thema, ich werde niemals dann, das muss ich gerade im Kopf rechnen, ich weiß gar nicht, zehn Bricks oder was, wirklich rausziehen und jede Woche irgendwo in Tresor liegen, das macht einfach keinen Sinn mehr. Das heißt, spätestens an der Stelle brauche ich irgendeine Technologie, die mir diese Verdrängung auf eine moderne Art macht und genau da kommt dieser Capacity rein. Wunderbar. Der Capacity sorgt dafür, dass er automatisch Stände verdrängt und dass er wahnsinnig effizient, was die Daten angeht, arbeitet. Und das kommt alles durch den Objects zurück. Das heißt, was wir ihm dann macht, ist, ich habe ein Fullbackup, das ist vielleicht, sagen wir mal so groß, wenn man auch eine Vorstellung hat, das Fullbackup würde ich sonst normalerweise auf meinen Speicher schieben, dann ein paar Increments dahinter, dann wieder ein Fullbackup, Increments dahinter, wieder ein Fullbackup. Mit dem Scaleout Backup Repository und dem Capacity tier auf S3, viele Wörter, bereche ich dieses Fullbackup sozusagen, dass man sich das vorstellen kann, in Objekte runter. Das heißt, ich splitte das Ganze auf, lege das Objekt basiert weg, kleine Päckchen, am Ende habe ich natürlich trotzdem das gleiche Datengross. Ein großes Objekt. Genau, ein großes Objekt. Und von da an schiebe ich nur noch die Änderungen als Objekte mit dazu. In einem normalen Speicher müsste ich jetzt, wenn ich die Daten wieder haben möchte, also den Stand von heute, obwohl ich letztes Jahr angefangen habe, alles zusammenrechnen, damit ich den aktuellen Stand kriege. Beim S3 lese ich eigentlich nur noch die Pakete in der richtigen Reihenfolge, weil dadurch, dass es runtergebrochen hat, und jedes Päckchen seine eigenen Meta-Informationen hat, brauche ich nur die richtige Reihenfolge zurücklesen und habe den aktuellen Stand. Das heißt, ich spare mir eigentlich diese ganzen sehr prozessaufwendigen Synthetik-Fulls. Ganz genau. Und bin eigentlich, ich ändere nur das, was ich tatsächlich, also im Prinzip das, was jeder über das Backup mit den Inkrementen kennt, ändere ich eben nicht das Inkrement, sondern das Objekt, ersetze das in meinem Full und habe automatisch, mehr oder weniger, hört sich extrem platzsparend auch an, weil natürlich für viele Fulls eigentlich nur noch mir das Delta aufbewahren muss. Ist das so? Ganz genau. Richtig. Ich merke mir nur noch das Delta, ich merke mir nur noch das kleine Objekt oder lege nur noch das Objekt ab. Das kommt natürlich alles von dem Cloud-Gedanken her. Wenn ich in die S3-Cloud rausschiebe und ich habe 90 Terabyte Fullbackup, was ich auf meinem Tape nicht mehr abbilden kann, auf Bricks vielleicht auch nicht mehr transportabel abbilden möchte, sondern auf eine andere Technologie rausschieben möchte, dann werde ich in die Cloud zwar auch am Anfang mal 90 Terabyte rausschieben, das dauert seine Zeit, aber am Ende möchte Veeam natürlich Cloud so wenig wie möglich über die Leitung schieben. Was man natürlich trotzdem berücksichtigen muss, wenn ich einen Fullbackup wiederherstellen will, muss ich dann auch aus der Cloud 90 Terabyte zurückziehen. Das heißt, da bin ich definitiv im Vorteil, wenn ich das Ganze on-premise habe, weil in den meisten Fällen auch dann mit dem Backup-Server meine Infrastruktur steht. Ja, und ich weiß nicht, vielleicht sind einige der Beide, die den noch nicht gesehen haben, aber da punktet dann ja unser DS massiv. Wenn du gesagt hast, bis 30, 40, 50 Terabyte kommen wir eigentlich nur mit den normalen Bricks wunderbar zurecht. Der DS-Brix, der ist quasi eine Höheninheit mit drei Webseilplatten und der geht bis 200 TB, der wäre ja dann ein perfektes Target für so ein Capacity Tier. Genau. Es geht ja genau um diese Verträge längere Zeit aufbewahren. Vermutlich werde ich die Daten nicht mehr brauchen. Wenn ich sie brauche, müssen sie zurückkommen. S3 ist auch performant unterwegs. Ich kann direkt daraus meine Daten wiederherstellen. Perfekte Lösung dafür. Ganz gut. Okay. Also ich nehme mit, wenn ich mich entschieden hätte an Brenn zu arbeiten und der Speicher mich da maximal unterstützt, bin ich in modernen oder neuen Technologien in S3 und Object Store eigentlich bestens aufgehoben und unterstützen mich sehr in dieser Aufgabenstellung. Ganz genau. Dann haben wir noch ein zweites Beispiel. Also drehen wir mal den Spieß um. Wir haben quasi jetzt nicht so viel bei uns, sondern wir gehen tatsächlich raus in die Cloud. Die ist ja alles andere alles schlecht und nutzen Office 365. Das heißt, ich habe mein Compute irgendwo und habe aber verstanden, dass mir Microsoft Azure eigentlich nur den Dienst absichert. Das heißt, die verwenden sehr viel Aufwand, dass wann immer ich Excelen will, auch Excelen kann. Aber den Inhalt, also die mitunter wichtigen Daten, die im Excel verarbeitet werden, die muss ich schon in den eigenen Fahndern. Also ganz davor abgesehen natürlich, DSGVO verhindert sowieso ein Abtreten an einem Dritten von dieser Pflicht, dass ich die Daten verfügbar habe. Also ich muss mich um die Sicherheit meiner Daten selbst kümmern. Und das kann ich natürlich jetzt auch wieder auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Das ist tatsächlich vielen nicht bewusst, dass ich quasi für meine Daten, die ich in der Cloud bei Microsoft liegen habe, Office 365 jetzt an dem konkreten Beispiel, dass ich mich selber darum kümmern muss, dass ich davon Backup habe. Also man muss sich ja immer überlegen, es gibt einmal den Betrieb, ich muss den Betrieb sicherstellen, dass alles verfügbar ist, also eine Verfügbarkeit des Dienstes. Das macht Microsoft natürlich in den Rechenzentren mit Bravour, logisch. Ich werde immer, wie du gesagt hast, Excelen können. Aber was passiert denn, wenn ich aus Versehen der Datei, also es geht tatsächlich so einfach, wenn ich aus Versehen oder in meinem E-Mail-Postfach, Exchange Office 365, ich lösche aus Versehen die E-Mail, die kriegen die wieder. Das passiert schnell. Das passiert verdammt schnell. Oder worst case, Ransomware. Das heißt, ich habe ein Ransomware auf dem Rechner, ich habe OneDrive eingebunden, alles, was im OneDrive liegt, wird verschlüsselt. Wie kriege ich diese Daten denn wieder? Das heißt, ich muss mich am Ende um den Backup kümmern von den Daten. Das kann ich natürlich zum einen entweder an der Cloud machen, das heißt, ich sage, die Daten liegen in der Cloud und ich mache ein Backup auch wieder an die Cloud. Dann liegt es halt an einem anderen Ort. Sollte ich mich natürlich informieren, dass die Daten dann auch wieder auf dem deutschen Server liegen, alles, was Gesetzes vorgibt. Ganz ehrlich, es fühlt sich ja so ein bisschen komisch, wenn wir jetzt beim Thema Ransomware bleiben, dass aus dem Internet die Bedrohung kommt. Das Erste, was jeder macht, ist, er kappt die Leitung und versucht erstmal zu verstehen, was los ist. Und um dann wieder hochzufahren, ist das Erste, was ich tun muss, wieder online gehen. Muss man sich auch erst damit auseinandersetzen, also uns sehr genau wissen, was man tut. Wer sich technisch schon mal angeschaut hat, wie man nach so einer Ransomware-Bedrohung vorgeht oder nach einem Ransomware-Angriff, ist genau das, was du gesagt hast. Erstmal kappen, herausfinden, wo ist Patient Null sozusagen, das heißt, wo ist der Angriff gestartet, wie hat es sich ausgebreitet, welche Maschinen kann ich noch nutzen, welche Maschinen muss ich abschalten. Wenn das alles irgendwo im Rechenzentrum von mir aus auf Google oder Microsoft oder wer auch immer liegt, dann habe ich da recht wenig Möglichkeiten, dass ich für mich quasi diese Analyse durchsetze. Das heißt, wie du schon gesagt hast, es fühlt sich irgendwie nicht so an. Das hat wie man auch erkannt, wie man hat gesagt, ich muss eine Möglichkeit haben, ein Backup von diesen Daten in einen Speicher machen zu können. Zum einen die Möglichkeit, auf ein Eisgazitag zu gehen, das heißt, ich habe ein Block Storage wieder, das kann ich bei mir lokal machen. Block Storage habe ich wieder das Problem, dass mir das Datenwachstum dann irgendwann wehtut. S3-Speicherung ist dann die schönere Alternative, weil ich direkt aus dem S3-Storage die Vorteile der Reduzierung der Datenmenge habe und zum anderen diesen S3-Speicher theoretisch auch gleich wieder anbinden kann und direkt auslesen kann. Das heißt, ich hole mir mit dem Office 365 Backup einfach einen kompletten Spiegel hier on-premise, habe den meinetwegen sogar eine OR gegabt, wenn wir in Richtung Ransomware denken und bin eigentlich auch für den Fall bestens ausgerüstet. Ganz genau. Aus meinem wären wir jetzt eigentlich so weit mit dem Thema durch. Haben wir denn noch Fragen, Nathalie? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt erst mal gedacht, ich lasse euch erst mal so ein bisschen zu Wort kommen und dann kann man immer noch für die, die Leute, die gerne noch fünf Minuten draufsetzen, dann die Fragen durchgehen. Ganz kurz jetzt noch mal, wir haben ja jetzt auch am Beispiel Veeam erklärt, aber wie sieht es denn mit anderer Software aus? Ist es da auch unproblematisch oder gibt es da Einschränkungen? Also was glaube ich das Wichtige ist, jetzt können wir auch gleich hier so einen kleinen Insight bringen, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sage es jetzt einfach, weil dann hat man auch gleich eine Vorstellung davon. Erst mal ganz wichtig ist, dass S3 zwar ein offenes Protokoll ist, aber die Implementationen immer ein bisschen anders ausschauen. Das heißt, wenn ich sage, ich habe irgendwo einen S3-Speicher, dann muss ich mir erst mal anschauen, welche Befehle unterstützt er wirklich, auf welche Art wird er angesprochen, das heißt, erreiche ich den Bucket über den Pfadnamen oder über eine Subdomain. Es gibt unterschiedliche Arten, wie ich damit arbeiten kann. Das heißt, man muss sich erst mal anschauen, welche S3-Implementationen steckt da eigentlich drinnen. Wir nutzen bei uns Minayo. Minayo ist ein S3-Server. Für die Techniker, die hier in der Runde sind, werden wahrscheinlich einige das Ganze kennen. Für die VM-Leute, die in der Runde sind, kennen uns bestimmt auch einige, weil gerade in dem Newsletter vor ein paar Monaten der Gosdev geschrieben hat, schaut es euch Minayo an, das ist das, was wir überall in den Labs nutzen. Hat uns natürlich sehr gefreut, weil da waren wir schon durch mit der Implementation. Ist ein Server, der von der Standardisierung her sehr, sehr weit ist und damit eigentlich mit allem draußen funktioniert. Ich muss jetzt zugeben, ich hatte ein Thema damit, also ein einziges Problem habe ich bisher getroffen und das war eher in dem Bereich Backup aus einem Consumer-Bereich oder aus einem, ja, man kann es glaube ich sagen, aus einem Synology, NAS, da ging es um das Thema Hyper-Backup, also auch sowas schauen wir uns tatsächlich an, weil wir auch Kunden haben, die da eine Anforderung haben. Ich möchte meine Synology in den sicheren Speicher nochmal rüberbringen mit dem integrierten Tool, was auf S3 hinten rausgehen kann. Haben wir uns angeschaut, gibt es eine Einstellung, ist inzwischen auch drinnen, also da geht es genau um diese Frage der Ansprache. Technisch gesehen ist aber am Ende die S3-Implementation, so wie wir sie drin haben, eigentlich mit jedem draußen kompatibel. Das heißt, egal ob ich dann ein Comvolt habe, das S3 spricht oder ein Beam habe, das S3 spricht oder eine Archivsoftware habe, die S3 spricht, nach wie vor und weiterhin, so wie es immer war, wird das Ganze über meinen Tisch gehen. Das heißt, wir werden dafür eine Abnahme machen, wir werden das Ganze jetzt einmal durchschalten mit den Technikern von dem Hersteller durchprobieren, dass wir am Ende auch einen Haken haben, eine Anleitung haben und sicher sind, dass wir auch auf dem Weg nicht so leben. Und ich denke, das ist auch jetzt, wir haben weit über 100 Softwarelösungen zertifiziert, da gehören jetzt natürlich auch die ganzen Backup-Lösungen dazu. Sollte es eine Anforderung geben, dass da noch jemand am Markt sich groß tummelt, den wir noch nicht haben, ist der René die erste Adresse, der sich darum kümmert, weil, wie gesagt, es geht in erster Linie ja nicht um die Logik dahinter, sondern um das Protokoll und das ist sehr offen. Genau. Wunderbar, ganz lieben Dank. So, was habe ich denn da noch? Brauche ich denn dafür neue Hardware? Na, das ist einer der großen Kostenvorteile, dass ich natürlich, das haben wir zuerst ein bisschen vernachlässigt, ich kann in einer Appliance all das, was wir jetzt so ein bisschen flapsig diskutiert haben, parallel gleichzeitig betreiben. Das heißt, Beispiel, wir haben jetzt, jemand hat ein großes Veeam-Backup schon am Laufen, steigt um auf Office 365, möchte sich lokaler Kopie ziehen, holt er sich einen Riegel und macht sein S3-Backup auf und das kostet ihn genau einen Slot. Das heißt, ich kann mit einem Silent-Brick-System eben die ganze Klaviatur bis hin zu Verwärmung, wenn ich sie dann haben möchte, oder ein R-Gap in einer Appliance abspielen und deshalb brauche ich quasi eine neue Hardware im Sinne von der Speichererweiterung, also die Kapazität als solches, aber von der ganzen Infrastruktur ist alles eins zu eins weiter zu nutzen. Da muss ich kurz unterbrechen, ich brauche noch nicht mal neue Hardware, wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte gerne umsteigen oder etwas mit dazunehmen. Ich kann das S3 auch problemlos auf dem bestehenden Nachspeicher aufsetzen. Reformatieren? Klar, ich muss noch nicht mal reformatieren. Ich kann auch sagen, ich lasse weiter meinen Be-In-Backup reinlaufen und dazu noch auf einem anderen Pfad über S3 die anderen Daten auf den gleichen Speicher. Also selbst so weit haben wir es implementiert, dass ich auch eine Möglichkeit habe, einen Speicher für beide Daten zu nutzen. Das wird immer besser. Ob das am Ende... Wie soll der amerikanischen Verkaufssendung? Das wird immer besser. Ob das am Ende sinnvoll ist, muss man für sich selber bewerten, weil natürlich die Zugriffe auf die Daten und dann das Ausschlaggebende sind. Das heißt, wie viel Performance brauche ich am Ende pro Brick oder wie schnell sollen die Platten drehen oder ich habe einen Flashbrick da und möchte ich da wirklich meine Office 365 Daten auflegen. Aber es geht natürlich. Aber ich kann auch mit jedem weiteren Speicher, ich glaube, darauf zielt die Frage ab, mit jedem weiteren Regel einfach problemlos das Ganze machen. Und bevor die nächste Frage gleich kommt, wie komme ich denn an die S3-Implementation oder an die S3-Schnittstelle, das kommt einfach mit dem Update mit rein. Das heißt, nach dem Update habe ich jetzt noch die Möglichkeit, neben NFS, SMB, auch S3 auszunehmen. Ganz einfach. Ja, das ist auch sehr gut, dass du es gleich beantwortest. Das stand nämlich auch auf meinem Katalog, also sehr wunderbar. Und ich glaube, ihr habt es schon erwähnt, aber es kann jetzt quasi einfach nochmal, kostet das denn noch was extra? Nein, das ist genau der entspringende Punkt, weil wir sehen uns ja eigentlich als Hersteller von sehr sicheren und hoch skalierbaren Speichern und nicht so sehr jetzt von Ausgrenzung über Interface, wo wir dort, ich sage mal, ein bisschen unseriös Geld abzocken wollen für einen einfachen Klienten, sondern das kommt, wenn morgen ein S4 oder S5 kommt, dann werden wir natürlich das auch implementieren und dann ist das einfach in den Silent Bricks mit dabei. Das heißt, ganz klar die Antwort ist, nein, mit der normalen Silent Brick-Software, mit dem normalen Brick-Manager sind die ganzen Interfaces automatisch mit dabei. Selbstverständlich. Wunderbar. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank. Ich habe momentan zumindest noch keine eingehenden Fragen und würde vielleicht die Gelegenheit auch gerne dazu nutzen, für alle Teilnehmer, wenn sie sich ausloggen, dann poppt quasi so ein Feedback oben auf. Und das ist für uns natürlich ganz arg wichtig, wie hat es Ihnen gefallen, was sagen Sie zum Thema. Es wird Sie keine zwei Minuten Zeit kosten. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns das quasi kurz ausfüllen könnten. Und wenn Sie Interesse an den kommenden Themenmonaten, zum Thema Ransom, der wie der Kollege schon gesagt hat, haben, dann können Sie sich da quasi ebenfalls eintragen. Und wir setzen Sie gerne auf den Verteiler. Ja, und vielleicht auch noch, Nathalie, an der Stelle vielleicht auch noch mal die Motivation, weil wir haben uns ja in den letzten Monaten schon sehr engagiert, um quasi der aktuellen Situation Rechnung zu tragen. Wir haben unsere ganzen, also Online-Angebote massiv aufgebohrt für das, was jetzt vielleicht nur auf der Tonspur rüberkam. Es gibt tolle Videos mit dem René, wo er die Sachen mit dem Scale-Up, Scale-Out erklärt, wo wir ganz, also diese einzelnen Themenbereiche ab. Es gibt Anwenderberichte zu allen möglichen Softwarelösungen, ob es jetzt Veritas oder wie sie alle heißen. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir hier eine Luftnummer, sondern man kann sich das auf der Webseite in der Download-Sektion oder auch im YouTube-Kanal beliebig aufschlauen, wenn man möchte und nutzt das, weil dafür machen wir das. So, jetzt sehe ich gerade, ich habe tatsächlich eine Frage bisher übersehen, entschuldigt bitte. Gibt es denn ein White Paper für die Beam-Einrichtung? Es gibt tatsächlich ein White Paper für die Beam-Einrichtung. Es gibt auch inzwischen einen Best Practice Guide für Beam, wo ich so ein bisschen probiert habe, zusammenzufassen, wo ist der Vorteil dann bei S3, wo nehme ich vielleicht doch eher eine Brick-Rotation, dass ich ihn rausziehe und auslagere. Das heißt, ab welcher Stelle ungefähr ist das Ganze interessant, dass man switcht. Gibt es, kann ich dann bei Bedarf gerne zuschicken. Das sind natürlich technische Dokumente, die jetzt nicht alle auf der Webseite liegen. Einfach kurz Kontakt aufnehmen. Nicht zu vergessen, unsere Beam-Mini-Guides. Stimmt, die gibt es auch. Die gibt es auch, da gibt es eine ganze Serie. Ja, also ich hoffe, dass wir das transportieren können. Wir wollen da so offen wie möglich kommunizieren, weil natürlich umso schlauer auch auf der anderen Seite die User sind, umso besser können wir die Technologien nutzen. Ja, also vielen Dank nochmal für den Hinweis und ich habe in der Zeit ist noch eine andere Frage eingegangen. Funktioniert denn S3 auch beim Deduplizierung? Bei der Deduplizierung? Verzeihung. Also ich vermute, die Frage ist, ob mit S3 bei uns auch eine Deduplizierung stattfindet. Das ist tatsächlich dann bei S3 abhängig von der Software und wie die Software es ansteuert. Weil Deduplizierung bedeutet ja, dass ich quasi merke, wenn ich irgendwelche Blöcke schon mal geschrieben habe und die dann nicht mehr schreibe, das heißt, dass ich mir da Speicherplatz spare. Wenn ich mir das Ganze wie im Backup anschaue, wie ich es vorhin erklärt habe, das heißt, ich habe ein Fullbackup, ich splitte das runter in Einzelbereiche und lege nur noch die geänderten Daten ab, ist es vielleicht nicht unbedingt eine Deduplizierung, weil ich nicht noch mal alles durchschaue, welches Paket habe ich schon genau in der Form, sondern nur die Änderungen ablege, aber ich habe zumindest eine wahnsinnige Datenreduktion. Deduplizierung selber, also in der Form jetzt auch bei unserem Massspeicher, sind wir eigentlich nicht unbedingt der Freund, also ich zumindest persönlich aus technischer Sicht nicht der Freund davon, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Deduplizierung zwar einen wahnsinnigen Vorteil im Speicherverbrauch mit sich bringt, was ich aber auch durch einen günstigen oder bezahlbaren Speicher lieber abhilde, der auch in sich sicher ist, was wir dann eben eher als Weg gehen, mir aber den Nachteil mitbringt die Deduplizierung, dass ich beim Restore oder beim Zurücklesen der Daten extrem viel mehr Zeit brauche. Das heißt, der Recovery von Daten, die Backup-Daten wieder aus dem Deduplizierung 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 und mein Unternehmen wieder auf den aktuellen Stand so schnell wie möglich zu bringen, da soll ich das so schnell wie möglich schon mal streichen aus meiner Liste. Ich glaube, da gibt es ja von Weems, aber auch einen speziellen Guide, wo die Source-Site Deduplizierung anbietet, Software, was für sie so die Gauss-Klocke das Maximum hat gesagt, bitte darüber hinaus nicht mehr, weil der Preis viel zu hoch wird in Zeit. Der Feuer ist, der Preis halt in Euro vielleicht in Speicher und da haben wir ganz schnell eine Balance, weil wenn wir einen Restore brauchen, ist es meistens Feuer am Dach und es brennt und dann ist das Letzte, was ich habe, Zeit, während, wenn ich dann irgendwie für 500.000 Euro noch einen Riegel mehr einschiebe, ich meine, das sind 16 Terabyte einriegelt, dann ist die Frage, glaube ich, sehr leicht beantwortet. Okay. Ja, vielen Dank euch auf jeden Fall. Ich sehe jetzt momentan keine weiteren Fragen. Rainer, Rene, ganz lieben Dank euch einfach auch hier für das lockere Gespräch. Ihr habt das ganz super gemacht. Vielen Dank an die Teilnehmer und für die Geduld vor allem. Wir wissen, es hat sich jetzt doch ein bisschen in die Länge gezogen, aber wir freuen uns natürlich über die vielen Fragen und merken natürlich, dass das Thema immer noch sehr präsent ist. Genau, und mit den Worten, denke ich, können wir uns jetzt auch verabschieden und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag.